Wir sind hier wieder unterwegs, oder sind wir nicht unterwegs, das ist jetzt die Frage. Gehen wir mal schnell hoch, gucken, ob die Erde sich schon dreht, oder habe ich doch jetzt wieder anzumachen. Und dann, ich glaube, ich muss erst anmachen, genau. Jetzt dreht sich die Erde, alles klar. Ja, wir sind immer noch im Keller am Suchen nach weiteren Hülleneingängen. Wir brauchen noch einen Bergmann, gucken mal, wo wir sind. Und derjenige ist am Essen wahrscheinlich. Und diejenige geht gerade runter, so wie das aussieht. Das erfreut mich doch. Hier ist nichts passiert mit dem Wasserrad, das ist schlecht. Wo geht jetzt unser Bergmann hin, oder unsere Bergmännen? Da war sie, da ist sie, da ist sie auch schon durch. Hier läuft sie, war das gerade ein Geist? Ja, das war ein Geist. Und sie geht jetzt wohin? Hier hinten irgendwo? Aber wir werden jetzt keine neuen Sachen, wir machen dann, wir sind ja immer wieder am Durchgänge machen. Und dann geht es auch nicht weiter tiefer nach unten, das ist ja unser Problem dann. Deswegen sollten wir das sein lassen. Und gucken mal hier, wo sie jetzt hingeht. Ah, hier noch die drei Stellen wahrscheinlich abhauen. Warum nicht, macht sie auch gleich alle drei, das wäre super. Dann geht sie nämlich nicht da wieder hin. Na super, einer fehlt, das hat wieder gut geklappt. Aber wir werden hier unten noch weitere Stellen sehen. Ich hoffe diese hier. Ja, hier war irgendwo ein Geist, der ist da, okay. Und da kommt sie aber nicht vorbei, weil sie woanders lang geht. Es klopft aber der zweite Bergmann irgendwo. Ja super, oder? Hat ja wieder richtig gut geklappt. Achso, sie hat hier nicht abgebaut wahrscheinlich, weil der andere noch ausgewählt war. Äh, hier war es, okay. Okay, und das gleiche gilt wahrscheinlich für hier unten, wo sie gerade war. Weil die zweite Person das jetzt gerade macht, ne? Äh, ja da. Das ist erledigt. Und wo geht die Reise jetzt hin? Gute Frage. Hier unten. Und er kommt und macht den letzten Stein noch weg. Genau so ist es. Gut, läuft auch. Sie geht hier noch weiter arbeiten. Wahrscheinlich er dann auch. Oder auch sie. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube es sind beides Mädels. Aber sie geht jetzt weg. Und er oder sie auch. Wahrscheinlich, ne? Oh ne, doch macht noch einen mehr. Jetzt macht den da auch noch weg. Geht jetzt wahrscheinlich hoch. Beide gehen jetzt hoch. Das ist jetzt nicht so dolle. Okay, wird hier noch einer abgeweilt? Nein, es wird zur Treppe wahrscheinlich gegangen. Ja, beide sind hier unten durch. Haben wir hier noch eine Ecke erforscht? Hier hinten war ja noch was, ne? Ah, da wird gerade gemacht. Okay. Oh, was ist das für ein Vieh? Aber schon tot. Rolfi, auch tot. Das ist der Bär hier. Ja, jetzt gehen wir noch da hinten in die Ecke. Das wäre doch auch noch super, oder? Ja, da sehen wir auch noch einen gelben Schleim. Da gibt es noch einen Viech. Ein Steintroll ist das. Der ist aber auch schon weg. Hier geht es noch weiter. Bitte einmal da. Okay, hier wird gerade abgebaut. Super. Hier wäre auch noch was zu entdecken. Er geht aber nicht da weiterhin. Das ist schade. Okay, wenn wir da noch den zweiten Stein jetzt auch noch hier gleich diesen hier wegkriegen, das wäre super. Okay, dann geht es nämlich kürzer dahin. Steht aber an der falschen Stelle, aber macht es trotzdem. Super. So, jetzt gucken wir nochmal den Held hier, wo der hingeht. Da oben ist noch was zu entdecken. Geht aber nicht hin. Geht hier hin. Da, bitte. Nicht in diese Ecke. Oh, er geht wieder zurück. Nimmt aber diesmal die Abkürzung. Okay, irgendwo wird noch geklopft. Keine Ahnung wo. Hier ist jemand. Und geht von dann, oder? Ja, oh, hier ist runtergegraben worden. Das ist cool. Das bedeutet, ich muss glaube jetzt hier meine Läder machen. Und hier nur mein. Dann sollte das klappen. Und da ist die zweite Person zum Abbauen. Die geht da hin. Super. Und den Durchbruch gemacht. Sehr schön. Da ist ein Held. Hier ist noch ein Stein. Nein, nicht der. Woanders. Wahrscheinlich hier oben bei dem Geist. Da waren auch noch welche. Ja. Vielleicht da hin. Könnte sein. Und bauen wir jetzt nicht tiefer rein. Das war jetzt nicht unser Ziel. Ah, jetzt ist der Geist dran. Oder unser Bergmann. Oh, das war nicht so gut. Blast. Blast. Ah, Glück gehabt. Ich habe gedacht, dass das nicht klappt. So, jetzt hier noch die Stellen abbauen. Auch nochmal drei. Da ist aber nichts zum Abbauen. Gut. Hier noch den einen. Das ist auch cool. Super. Und jetzt hier noch die zwei. Das geht auch schon mal. Das ist auch gut. Jetzt nicht weg. Ah, da ist ein Hohlraum. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal dieses Teil schnell hier weglöschen. Damit da wer gucken kann, was dahinter ist. Hier nicht hinweg gemacht. Auch gut. Ah. Wo war die Treppe? Noch weit oben. Hier ist er. Okay. Okay, er kommt. Da ist ein Held. Ah, da kommt. Ne, doch nicht. Ist auch ein Held. Gucken wir mal die zweite Person an. Die jetzt hier oben gerade auf dem Weg ist wahrscheinlich zum Runtergehen, oder? Gehe ich mal von aus. Ja, dann geht es dann da unten wieder weiter. Da treffen die beiden sich gerade. Haben dann den Bergmannsmatz halt wahrscheinlich gerade ausgetauscht. Und jetzt geht es runter. Äh, hier, da, 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 äh, wo, wo jetzt, da, hier schon Treppe runter, ja, okay. Wo geht die Reise hin? Irgendwo in die hintersten Ecken. Hat der Held schon das durchsucht hier? Hier war doch irgendwo noch was offen, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Ah, hier wird das gemacht, okay. Oh, da ist auch noch was hinter. Aber das sollen wir jetzt nicht weitermachen, verfolgen. Da kann ja dann auch ein Held reingucken. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die eine Stelle war, wo wir eben was aufgemacht haben. Ah, da kommt schon ein Held, der das dann entdeckt, oder? Dann gucken wir gerade dem Held nochmal zu. Wie weit es da noch reingeht. Nicht weit, okay. Dann schnell mal hier wieder an. Okay, hier geht es weiter. Leider nur ein. Ich gehe von aus, dass dieser Held dann wieder hoch, äh, dieser Arbeiter wieder hoch geht. Jetzt könnte ich mal gerade suchen, wo diese Stelle war. Wo eben wir das abgebrochen haben mit dem Durchsuchen. Hier war es. Okay, schon erforscht. Schon erledigt da drin, alles klar. Wie sind die Prozente? Ja, 66, nicht so doll, ne? Ah, der zweite Held geht jetzt runter. Da geht die hoch. Held sind keine Helden, sind einfach Bergarbeiter, ne? Hier geht es weiter. Hier, den Stein jetzt, ne? Den dann, auch nicht. Den? Auch nicht. Die? Auch nicht. Doch? Nee. Wo geht die Reise hin? Okay, da ist zu. Hier könnte man noch mehr sehen, aber da wird noch nicht geguckt. Wo geht dieser Bergmann oder die Bergfrau hin? Das klappt jetzt nicht so wirklich, ne? Geht wahrscheinlich wieder hoch, oder? Nee, geht hier lang. Oh, da wird jetzt der Geist geschlagen, in der Hoffnung, dass es klappt. Okay, hat geklappt. Okay, und hier ist noch ein Durchbruch zu machen, oder was? Drei Steine weg. Hoffentlich auch alle drei. Nee, werden auf jeden Fall nur zwei sein, mindestens. Weil da kommt der zweite. Beziehungsweise die zweite. So, ich gehe von aus, dass da einmal nach oben gegangen wird. Nein, auch noch nicht. Das wird noch woanders abgebaut. Ah, hier rechts, wahrscheinlich beide. Ja. Okay. Erledigt. Hier geht's hin. Nee, hier. Nee. Hier. Und beide. Ist nix zu holen. Gehen wir zurück. Beide zurück. Ja, aber hier hin. Weiter bauen da ab. Oh, das ist noch Hohlraum. Gut, sind aber beide unterwegs. Das ist auch schön. Jetzt vielleicht hier nochmal. Diese Person geht schon wahrscheinlich nach oben. Okay, dann brauchen wir da nicht weiter suchen. Und da ist wahrscheinlich auch nix hinter, oder? Nicht. Okay. Hier sind noch zwei. Bitte auch beide machen, das wäre super. Okay. Okay. Okay, die Reise hin. Wahrscheinlich jetzt hoch, oder? Nee, hier noch. Alle drei, super. Hier ist noch nix passiert. Hier ist noch nix passiert. Ah, geht noch weiter. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, dieser hier, der wäre jetzt ganz wichtig, vielleicht nur wegzunehmen, aber dann gehen wir wieder woanders hin. Wahrscheinlich hier, oder? Oder von der anderen auch krass, oder? Einmal rumgegangen. Ganz cool. Großes Kino. Und jetzt geht's hoch, oder? Ja. Dann gucken wir mal, wo Rot ist. Rot schläft wohl. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? Das können wir mal gerade nachgucken. Da kommt ein Händler. Dann lassen wir gerade weiterlaufen. Zwei Brote. Ah, das ist unser Problem gerade, oder? Wie ist denn hier? 62, ja, wir haben zu wenig zu essen. Das wird die Happiness runterbringen, ne? Vielleicht sollten wir mal gerade gucken, wie wir da unsere Struktur aufstellen hier. Träger. Holzfäller. Würde ich jetzt einfach mal eins zum Essen rüberschicken. Damit wir da ein bisschen besser werden. Machen wir zwei zum Essen. Erntehelfer. Okay, die brauchen wir. Werk meiner zwei ist okay, und beim Essen haben wir jetzt zwölf. Träger. Lassen wir mal so. Ja, da denke ich mal, ist schon okay. So, erstmal. Und dann müssen wir gucken, dass das hier mehr wird, ne? Die 62 müssen wir mal auf 80 bringen. So, der Händler ist wohl da. Wo ist er? Da mit dem Fahrrad gekommen. Okay. Und möchte was haben? Knochenzeug. Also, das war falsch. Wir müssen hier draufklicken. Oh, das ist eine Feuerrüstung. Level 20, Attack 196, Defense 596. Äh, 566, aber pfff. Ich glaube, die ist jetzt nicht so doll, ne? Also, was er ja mitnehmen könnte, wäre ein paar Knochen oder sowas, ne? Oder wenn er die haben will. Da sind noch zu 80. Das waren zu viele. einer weniger reicht ja nehmen wir die kohle können ja noch zwei kerzen nehmen oder sowas wo der 16 kerzen nehmen also alle gehen noch mal knochen dann ja wohl das nicht unbedingt klappen kann aber wir probieren es trotzdem aus das ist natürlich eine schöne waffe wir machen den handel und fertig sind die träger natürlich damit beschäftigt läuft schon weiß ich gar nicht mal gucken er läuft nicht machen wir jetzt ok und dann gehen wir gucken ich glaube sie geht runter wenn ich sogar beide runtergehen kann da sein kommen wir mal nach herr beide gehen runter ok laufen weiter nach hier unten erwin da sind noch zwei stellen geht na geht aber nicht dahin da sind noch stellen wenn sie denn dahin geht dass die nächste frage nein hier sind auch noch zwei aber da oben wird's gemacht alles klar läuft schon hoch da muss nicht sein dass hoch läuft da kann man dann durch das gleich nicht verkehrt hier wird noch gebuddelt dann ok und noch mal klappt nicht da lang da noch ein ok aber das auch alles gesehen jetzt hier noch zwei 12 läuft jetzt hier unten hin oder wohne hier vielleicht ja einmal zweimal nix dahinter und das war's hier noch auch nix hinter jetzt nach unten wo geht die reise hin keine ahnung wo die reise hin geht hier nach da ja ok das ist dann jetzt nicht so spielentscheidend jetzt geht's dann rum wieder hier lang und von da oder wie ja könnte sein passt noch und das war's jetzt geht die reise nach oben denke ich noch gucken hier geht's lang was passiert nein und hoch alles klar dann kommen wir hier ja da geht die reise nach unten das ist schon mal cool hier lang hier lang kommt sie da geht's auch gleich runter hier lang und ist ein bisschen dunkel da aufmachen oder wo da wohl auch nicht hier ok erledigt wo jetzt sind da oben den keine ahnung wo schon wieder nach oben oder ja irgendwas dazwischen gekommen mit essen oder sowas aber wir haben hier die zweite person die schon wieder nach unten geht folgen wir noch dieser person einmal jetzt weg weiß ich wo sie ist noch mal hinterher hier geht die pfad lang hier geht die pfad lang hier hier und wieder hoch super ok was sagt der händler spiel läuft über die pfad lang hier und zuschauen ich würde mich freuen ich würde mich freuen wenn ihr ein abo habt ich würde mich noch mehr freuen wenn ihr einen daumen hoch gebt und wenn ihr die glocke an macht kriegt die nächste folge mit wenn die dann hochgeladen wird und dann sage ich bis zur nächsten folge tschüss tschüss